Was ist mit deinem Kopf passiert? Ich hatte einen großen Gedanken. Ich hab ihn nicht. Charlene! Was um alles in der Welt machst du da? Im Regen stehen, das sieht man ja wohl. Irgendwie mies drauf in letzter Zeit. Vielleicht sollte ich mich umführen. Gute Idee. Versuch es da nicht so zu tun, als könntest du dich nicht erinnern. Scheiße. Ich bin irgendwie nicht davon ausgegangen, dass ich das jemandem erklären muss. Scheiß Gefühl, wenn guter Plan nicht funktioniert, hm? Du wolltest doch nicht wirklich sterben, oder? Eigentlich wollte ich schwerbehindert überleben. Meine Aufgabe ist es nachzusehen, ob deine Familie in der Lage ist, sich um dich zu kümmern. Sie sind Charlene's Vater? Ja, Jeff. Hallo, Schatz. Und wer war das? Das war mein Freund. Was ist so schlimm am Erwachsenen? Erwachsene sind unendlich peinlich. Hey, soll ich dich zum Psychoduck fahren? Was macht der für Musik? Gar keine mehr, der ist tot. Tot? Hm. Hast du Schuldgefühl? Nö. Schämst du dich? Auch nicht. Du hast nicht mal eine Minute gebraucht, um mich mindestens viermal anzulügen. Hi. Linus, dass du zum Psychodoktor gehst, wundert mich überhaupt nicht. Denkst du also, dass ich ein blöder Streber bin? Ja. Merkst du, dass es einen Himmel gibt? Vielleicht sind wir ja schon links da. Wenn man jung stirbt, dann bleibt man für immer jung. Aber auch für immer tot. Willst du nicht mit mir reden? Kannst du mir wenigstens irgendein Zeichen geben?